Auf einen guten Abend. Matt und Angie. Tolles Paar. Nein, wir arbeiten nur zusammen. Wollen es nochmal wissen. Das wird cool. Oh ja, mein Mann geheimlicht etwas von mir. Neue packende Fälle. Hey, Jade, wo ist dein Auto? Keiner sah die Räuber fliehen. Und vielleicht gibt's sogar eine Antwort auf die alles entscheidende Frage. Ist das immer so bei euch beiden? Niemals. Jedes Mal. Private Eyes, die neuen Folgen. Ab Mittwoch auf 13th Street.